ARD Text im Auftrag von Funk Aber er hat natürlich so'n Lack Naja, es ist... Einer muss ja, ne? Einer muss ja Manu, schießt du das Sense dafür? Ja Brauch mal Action We are out of here Laying down smoke Oh, geile Smoke, oh kack It's injury Grenade out Oh, da kommt hier ne Menge auf... An Granaten Ja Von? A Tetris außen, einer Tetris down Oh ma Man, der ist oben auf dem Tetris, da geht der Stairs Galass Hier noch zwei bei mir Ja Die letzten beiden... also zwei Action Äh, Connector ist die Ava Connector Connector Kommt durchgelaufen Oh Auf die Fakten, jetzt her Aber jetzt müssen schwerer machen Der nächste trifft... Du heilige Scheiße Jo, hast du ihn gesehen? Ne Er stand da links in dem Gang dran In die AK Im Rad um die Ecke Blatt von den A Ja Vorsicht, denn nicht, dass er von oben kommt Das finde ich geil Ja, geh ins weiter zurück Prost Nice to win Yay Wann hab ich denen 11 geflitsch gegeben? Ah, Mann ey, ich hab's echt nicht gebracht Ich hab erstmal auf meinen eigenen geschossen, ey Die sind wieder pleite Jo Bitte? Ich könnte einmal was legen, 9P Hm Naja, bringt nichts Gelb hat schon gar keinen Bock mehr zu spielen Smoke auf B B kurz Ich guck, Palace guckt, dass wir nicht A Action in den Rücken Knallen 3 auf B 3 auf B On B Komm in Grenade Er ist low mit 11 Nice Grenade out Hinten am Auto Nope Das war ein bisschen auch mit Luck Ne, das war gut Kommen Warum ist das Wettbewerb so gut? Sometimes it happens Ja, genau Ja, genau Ja, genau Ja, genau Ich bin so fucking lucky, dass ich immer ein AWP bekommen habe Hehehe Okay, wir sind jetzt nur zu zweit auf Aber dann müssen wir mit in die Gruppen Smoke ist oben auf die Finger gesetzt Schabby, wo guckst du hin? Oh, Connector Connector brauchst du nicht, wir haben einen in der Mitte Eigentlich Oh, um Tetris Da 4 und 6 und 2 Okay Bombe A, Bombe A Bombe A Nehm ich Ja, okay Egal Einer nur noch Wo ist der? Wo ist der? Jungle irgendwo Nice Wie ist der denn gekommen? Wie ist der denn gekommen? Wie ist der denn gekommen? Es geht aufwärts Heute gehe ich noch auf Vielleicht Richtung Fenster Aufrichtung Legendary Eagle Aufrichtung Legendary Eagle Hehehe Oh, da muss ich selber lachen Ist der Magic Carb gut? Wat? Magic was? Magic Carb Magic Carb Perfektion da oben, ne egal B der Ender durch Grenade out Sind da mehrere auf B? Ja Alle 3 B 4 B WTF so aggressiv Bomb has been planted Einer in dem Raum, da drin Everywhere Can't explain Können wir safen, oder? Nein, draus Da nur 4 Hol's euch Angelegen ich einmal Hasenkinggranaten Anni Das steht links, links Noch einer Okay Scheibing Scheibing Oben, 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 oben Incentivary out Hast du den Kipp? Scheibing ist ein Kipp Defeust du, Scheibing Fenster Ach Ah Crap Oh Ha, alle tot All dead Ach, die haben gewonnen Das ist halt ärgerlich, ne? Brauch hier mal einen Drop Ja Dead as can be Die haben alle irgendwie kein Geld Ist da eine MPC in Trump? Ach ne, lass, lass, egal Let's move out Stell dir dich am besten hinten rechts in die Ecke rein Okay, und was kommt Mitte, glaub ich das? Ja Connector 2 Window Jungle Jungle einer Warte mal, ich hab vor Zeit gegen ihn Ist immer noch Connector drinnen Connector hab ich einen? Noch einer Connector Oder Stairs Jungle down Connector Mitte, unten steht da Immer noch Jungle dran Ja, Jungle, hm, scheiße Boah, mehr Spinn von mir jetzt hin Ich hab was hinkucken Ja Weiter rum liegt ein Diffuse-Kit Aber da kommst du jetzt nicht so leicht ran Hat er mich gerade mit der MP durch die Wand gehadgett? Ne Ich hab aber nen Hedge-Tucker gekriegt Ja, aber durchs Loch hat er doch geschossen Ja Meine Fresse ey Let's fire up an Eco Bitches Schabek, wir rushen jetzt Nope Sit, punch your crow Let's rush, T Move it, son Let's fucking do it mate Grenade out Flashbine Meine Fresse, er stirbt einfach nicht Und die zwei mit Schäden Einer reichen Wie er drinnen stippt mich auf jemanden Und der letzte war nicht eine Schäden Und der letzte war nicht eine Schäden Es ist ein guter Störer Mach einen Hüt 95% Damage Aber... Du weißt nicht Ja Ich konnte nicht schießen Du standst genau vor mir Zwischen den Gegner Na, ich war ja mit einem Schuss dann weg Also... Go, go, go Ja, da war ich auch schon weg Denn... Er hat er durchgeschossen Grenade Smoke Betreuung Smoke Decoy So, das wird wieder A Mhm Ja, genau Wie auch immer er es gemacht hat Der ist ein Der ist ein In der Kone Jungle 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 Voll connector Ich kriege jedes Mal durchs Fenster die Typis Dann einmal droppen Ich habe leider selber nicht genug zum droppen Ich habe eine Hä? Da habe ich eine Knarre Irgendwie machen Ich hänge? Gut Ich muss gleich wie kurz gehen, weil sonst durchs Fenster wieder springt Da ist er doch schon Wie schnell der ist Wie heißt es? Palace Ja Schön Ja sicher 44 left 12 hinten Oh AW Element Wo ist denn Element? In der Mitte Okay Hier warte Geh mal ein Stück nach hinten Oh die Waffe ist egal Er will AWP Du willst Okay Tschüss Dene Was droppen? Irgendwie haben wir doch da ganz viel Kurs Auf Danke Danke Äh Manu Trop M4 Schnell Danke Danke Okay Okay Alles Dinger Alter B Flash B durch Wir haben die Eko Alle B All B All B All B Hinterm Van Einer nur noch M4 hinterm Van Last Van Vernade 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 Terrorist Win Ja Mann Komm allerletzte Runde Erik M4 Ja wenn du hast Ja du hast Ja ich kann sonst nur AP legen sonst Ja du hast ja Komm macht schnell aber Für 6 Sekunden Der Typ kauft mich oder was? Hallo Gott Das ist AFK Ey geil Come on Nein das ist AFK In der letzten Runde wirklich Ja Ich hab noch ne Waffe gelegt Scheiße Kein Problem Wie der Smoke die Brand löscht halt da Natürlich Deiner Connector nenne Ich guck Connector Von B Coach Und es muss unten sein Ich guck Palace Ist irgendwas Einer Mitte voll Connector Unterm Fenster ist da Guckst du Palace oder was? Schack Rechts unterm Fenster Ja ich guck Palace Einer Palace Einer Palace Lass 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 Guck du Mitte wieder Er ist wieder gejumpt oder? Der Bomber war direkt in Mitte Ne Noch unten Wahrscheinlich Waren gerade 3 Der Jungle Bombe Connector Ich bin safe Ich hab die Bombe im Jungle Ich bin safe Ich bin safe Ich hab die Bombe im Jungle Wenigsten Unentschieden noch rausgeholt Die anderen dann besser Ich hab grad durch 2 durchgeschossen Den ersten durchgeballert Ja gefangen Hi guys Hallo Let's rush B Hi Ja Den ersten durchgeballert Ja gefangen Ups Hi guys Hallo Ton noch angehabt 5 Euro Dass hier 3 Mann von den Gegnern einen Revolver haben Du kannst ihn in der ersten Runde nicht kaufen Achso stimmt Ich hab grad nichts zugehört Wer noch scharf Wer noch scharf Nice Ich muss mir angewöhnen mir auf die Köpfe zu schießen Das ist der letzte Zeig das Köpfchen Der war schnell Oder nicht Easily ein 2 Mann Nice Schön Good job Zulala Ja Okay Rush A Rush A Rush A Zwei Mann stehen rum Geht mal den Goodies Der ist wohl Wer hat in die Flisch geschmissen Eine Konektor Konektor ist tot 1 left, 1 left Good job guys Ich finde sie wieder gestorben Manchmal ist es halt blöd Ich seh damit Jetzt wird 385 in einem Windgegeben mit dem Revolver Nein ich hab mit Legs geklickt aus Reflex alter Da macht der Major Vielleicht schieße ich Vielleicht auch nicht Da brauchst du ja auch keinen Boston Drop Ja Voll Ey wie alle mit diesem scheiß Revolver rumballern Das ist der Wahnsinn 1 mit 1 A Locking Connector Wow Super 1 Shot Mit Locker Connector Der hat auch schon wieder diesen Revolver gehabt Naja die haben alle das scheißere Ding Also ich verstehe das nicht Du kannst mit Rechtsklick sofort schießen Machst 300 Damage Ja Wisst ihr wie kacke der ist Wenn die jetzt alle spielen Musst du nur aus Pro Games gucken Renn die nur mit dem Ding rum Statt Primär Ah Voll Voll krank Safe and rush to be Sure So jetzt kommt hier mal richtiger Pro Skull mit dem Revolver Haha Worm hat schon nicht getroffen mit dem scheiß Ding Leicht I'm throwing smoke Wie er auch abricht, ne, wenn du die Tasche loslässt One naps Blue, start escape Cool Boah, boah Wie viel hat denn, der hat doch mehr als sechs Schuss und hat acht Schuss in der Trommel